Das Faszinierende am Bergpark Wilhelmshöhe ist für mich die Entwicklung der Gartenkultur über Herrschergenerationen und Epochen hinweg und das unter vielen europäischen Einflüssen. Mein Lieblingsort ist eine Strecke, gar nicht weit von hier entfernt. Wenn wir aus dieser barocken Geste hinaustreten, beginnt das Floratal, das sich hinunter bis zum Lack schlängelt. Rechts plätschert das Wasser des Jursthofschen Wasserfalls. Im Frühjahr säumen diesen Weg grandiose Rhododendren. Und jetzt im Sommer natürlich betört der Duft der Rosen, die rechts und links des Weges wachsen, aber auch den Blick freigeben auf die wunderschönen Roseninseln. Das nächste Mal probabilität! Wer sich in der Reihe, ich halte einfach ein bis dahin,